Okay, wir wollen jetzt diesen Dialog von Plato finden, um dann über diesen Dialog von Plato den Standort von Atlantis heraus zu gucken. So sieht also Island aus. Das Gleiche nähern wir uns an dem Punkt, wo ich tatsächlich nicht mehr weiß, wie es weitergeht, wo wir zusammen rätseln müssen, äh, was wir machen müssen. In dieses Camp hier hinten, in dieses Zelt können wir anscheinend nicht, deshalb gehen wir mal direkt straight in diese Höhle. Und reden mal mit dem Typ hier, der hier rumhackt. Dr. Indiana Jones, I believe, und Madame Sophia Huppgood. This is my big site now. Go away. Mhm. Aha, ich dachte, sie buddelt nach Gräbern in Dänemark. Heute sind wir aber nicht sehr freundlich, was? Mhm. Äh, äh, lalala. Dr., what do you expect to find here? The secret of Hei-Bavaria. That's what the Greeks called Iceland, you know. You've read how they sailed north to a fog-srouted land, and how they never set food upon it? Ha! After traveling thousands of miles, Mirafog wouldn't turn them back. Some idiots claim they were repeled by ghosts. Mhm. Puppycuck, you know what actually stopped them, Jörn? Vielleicht hatten sie keine Zeit im Terminkalender? Keine Ahnung, vielleicht weißt Sophia was? Nein, aber sie werden es mir sicher sagen. No, but I'm sure you're going to tell me. They were stuck by a forest field. Put here by beings, not of this earth. Hmmmm, that's fascinating, Doctor. Have you ever heard of Plato's Lost Dialogue? Yes, there are rumors about such a book, but I'm yet to see it. There are two people you might want to listen. Gerald Sternhardt in Tical, a Jedi fellow. Who claims he translated the whole thing? Mhm. Mhm. I'm Philippe Costa in the Aesord Islands. As a researcher he's a fart, but he's a sharp traitor. Mhm. Okay, also er hat uns zwei Leute empfohlen. Zwei Leute hat er uns empfohlen, ähm, mit denen wir, ähm, sprechen sollen, um diesen, ähm, Dialog zu bekommen. Oder Dialog, äh, zu finden. Und, äh, die sollten wir doch mal aufsuchen. Der eine wäre ein guter Händler und der andere behauptet von sich selbst, dass er den Dialog tatsächlich übersetzt hat. Äh, 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 äh. Ja, ey, äh, also schließen sie Übernatürliches komplett aus. Okay, Übernatürliches kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber, aber, außerirdisch, wir wären schon Teil Übernatürlich, oder? Gut. Goodbye, don't come back. So, was haben wir denn hier noch? Aal-Figur im Eis eingeschlossen. So, dann können wir ja jetzt zu den anderen hier fahren. Oder eher gesagt versuchen, zu den anderen zu fahren. Würde ich mal so behaupten. So, die Azoren, da war der eine, der, der, der Händler, der sogenannte, und, ähm, der in Tikal, glaube ich, war der Typ, der behauptet, dass er den übersetzt hat. Also würde ich sagen, komm. Das war Tikal. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich das Spiel nicht mehr kenne. Dschungeltier. Was ist das denn für ein Tier? Oh. Benutze Peitsche. Wie Dschungeltier. Oh Gott, es ist abgehauen. Wo ist es? Da ist es. Hey. Was ist denn hier mit der Sophia? Warum kommt die denn nicht mit? Äh, wieviel ist die Truppen? Sieht, wie das Ende des Straßes aus. Das machen wir jetzt. Okay, dieser Sternhard ist echt hier im Dschungel irgendwie unterwegs. Okay. So, dann, äh, peitschen wir doch erstmal, was das Dschungeltier. Das wird funktionieren. Ah ja. Oh nein. Oh no. Wo ist das jetzt reingelaufen, das Vieh hier, ne? Ja. Oh Gott, jetzt habe ich das arme Vieh da. Papagei. Kann ich mich hier rüberschwingen? Ich denke, das wird nicht funktionieren. Oh. Easy. Wow, ein paar Brücke. Hi, Indy. Oh. Hallo. Hallo. Wie warst du hier? Wie warst du hier? Als du auf dem Buschwacken warst, habe ich einen Weg gefunden. Ach so. Okay. Ja, super. Äh, Pits Roden. Ah ja. Ist er das? Kann ich dir helfen? Postcard? Replikas of the Temple? Souvenir-Monks? Äh, Postcard, Raphael und äh, 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 äh. No thanks, mister. Charles Sternhardt, 50, independent thinker, researcher and merchant. Das ist er. Ähm. What can you tell us about Plato's Lost Dialogue? I'm the one who translated it, I can tell you that. I'd worry you were here to steal my last copy, but someone called Mr. Smith beat you to it. Mr. Smith. Oh, no! What can you tell us about Mr. Smith? He showed up last week, a tall man with a German accent and a pistol. He could have taken all my souvenirs, but he only wanted the Lost Dialogue. Yeah, no. Also, the Nazis came to us before and took him to the dialogue. Ähm. I'm hoping to find some evidence of Atlantis here. Evidence is easy. You're surrounded by us. Proof? Now that's hard. Does that mean we came to the wrong place? I've pretty much lost hope myself, but old legends and rumours die hard. What kind of rumours? Local legend has it that the temple was built by men who are not men. Yeah. What are men who are not men? Who knows? I've heard everything from giant men with snakes for tails to giant snakes with men for heads. Hmm. Da-da-da-da. Da-da-da. You actually believe Atlanteans lived here? After the city sank, this is where they came, I'm sure. What can you tell us about the temple? So. Rumours have it that the temple was built by survivors of Atlantis. Okay. Thanks. We just like to look around. By all means. Perhaps you decide to buy one of my precious Mementos. Tja. Ich würde gerne diese... Begging your pardon. You can't go in there. The temple isn't safe. Ah. Okay. Stop! Excuse me. The temple isn't open to the public. Ich will gar nicht zum Tempel. Ich will zu dem scheiß Papagei. Reden. Mit Papagei. Bolly wants a cracker. Bolly wants a cracker? Ich muss dem jetzt einen Keks vorbeibringen. Wir können nicht in den Tempel gehen. Nun, lass mich猜. Du und die kleine Frau haben das spezielle Mug zurückgezogen, oder? Kannst du mich in den Tempel lassen? Wie weiß ich, dass du ein Spieler von dummen Touristen bist? Ich zeige nur den Tempel zu reputable Schönern. Ah. Ich bin Dr. Indiana Jones. Ist das scholarlich genug? Indiana? Das klingt wie der Name eines deiner Staten. Oder vielleicht ein Küchen. Eigentlich war es der Name eines Küchen. Sophia? So, vielleicht können wir dem ja die Zeitschrift zeigen. Da ist doch sie drin abgebildet, oder? Die Sophia. Danke. Wir möchten nur rund umsehen. Wie du möchtest. Ähm, gib. Nein, danke. Ich will es nicht. Super, du Arsch. Ich versuche jetzt die Petroleum-Lampe zu klauen. Gut, jetzt. Lass mich猜. Du musst einfach eine genügend Tickel-Floatie-Pen. Ich würde wirklich gerne das Tempel exploren. Sag mir den Namen des verlassen Dialogs von Plato. Der Tetrahedron. TETRAHEDRON! Oh, nein. Ah, jetzt. Entschen Sie, bevor ich mir genau. Hey. Ja? Du kannst nicht ohne den 3-Inch-Puter-Replikan von der Temple? Okay, wir hatten jetzt Tethryedon oder sowas. Okay, das ist ein Muskel, Sokrates war ein Typ, dann muss das sein. Was? Dann ist die Antwort hundertprozentig nicht dabei. Gluteus maximus und Muskel oder nicht? Einmal noch, komm, eine letzte Chance. So. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja? Nee. Schauen wir uns mal. Okay. Ich will mit dem Typen reden. Das hatten wir schon. Das war falsch. Persepolis. Aeneid. Wieder falsch. Komm, ey. So ein Scheiß. Ja, und hier ab. Nein. Nicht. Nein. Ich will doch nur hier weg. Hauen hier ab. Und gehen zu dem anderen. Auf die Azoren. Let's find the airport. So. Zu dem Typen. Zu dem Händler. Euch erzählt er uns ja, wie der Codex hieß. Das ist sein Haus. Das ist es. Herr Koste. Keep your shirt on. Be careful, Indy. Humor him. Trust me. I suppose you're selling something. If it's not a priceless artifact, I don't want it. Hm. Hm. I hear you know something about Plato's lost dialogue. Maybe so, maybe no. Who are you? Um. I'm a fellow believer. Is that right? Do you know where Atlantis is? Äh, soll ich ihn anlügen, oder? Ich könnte sagen, ja, ich weiß, wo Atlantis ist. Actually, I'm trying to find out. Hm. Come closer, boy, and I'll tell you. You're standing on it. The Azores? No one believed me. That hurt. Nice going, Indy. I'd better. Yeah, sure. Mr. Costa? Mr. Costa. So much for that. Sonst gibt's hier nix, ne? Scheint nicht. Gut, also, der Costa-Typ glaubt auf den Azoren, also die Azoren und Atlantis oder alles. Komm, let's go. Haben wir noch. Wir könnten dann wieder zurück. Nach, 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 nach. Und versuchen, mit dem Typen weiter die Antwort zu geben auf diesen plattes Dialog. Oder wir fliegen nach New York. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was in New York ist. Das ist das Theater. Das ist von Indiana Jones, die Uni. Aber die ist nicht in New York, ne? Boah. Ich centuries jugel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie schig. necessarily, die Menschen 2000 bis